Hey, hey, geht los. Tanzverbot? Geht das los jetzt hier? Hey, hier, Tanzverbot. Was du da machst, ne? Ich finde das nicht ganz gut. Also, früher hast du so witzige Videos gemacht. So wie hier Ansage an Guzi und so. Und jetzt, was soll das hier? Videos, wie du dein Einkauf zeigst und dann sagst, Hey, Leute, guck mal. Ich trinke hier immer Booster und esse hier so Hanuta und so. Was soll das? Du scheiß Faker, Alter. Du bist genauso wie die anderen YouTuber. Die sagen immer hier, mein neues Auto Challenge und Video und so. Und du machst hier so Videos, du Wichser und joppeln mit den Finger an dich. Du warst mal cool und jetzt bist du auch so Mainstream. Zeigst du deinen Einkauf und was du dir so bei Amazon bestellt hast. Und ich baue jetzt hier so ein Schmetterling. Hink dir das an. Das ist für dich Tanzverbot. Mal warte, warte. Guck dir das an. Der Schmetterling, das bist du Tanzverbot. Bist du kaputt, du Wichser? Doppelmittelfinger an dich hier mit. Hier zeigen, dass du so Kinderbueno isst und so. Und wir sagen, ich nehme jetzt ab, ich mache jetzt hier mal Sport und dann jeden Tag drei Packungen Mühlenfrikadellen fressen. Du scheiß Faker, du. Du bist genauso wie die anderen Mainstream-Youtuber. Und hast du noch ein Bier für mich, Hering? Nee?